Elmar Pirouf ist ein deutscher Politiker. Der Kaufmann war von 1969 bis 1981 Bundestagsabgeordneter. In Berlin war er von 1981 bis 1989 und von 1996 bis 1998 Senator für Wirtschaft sowie von 1991 bis 1996 Senator für Finanzen. Leben, Jugend, Beruf und Familie 1953 machte er am Stephan-George-Gymnasium in Bingen Abitur. Anschließend baute er bis 1965 Dekasekunden Weingut- und Weinhandelsunternehmen Ferdinand Pirouf GmbH auf. Er studierte Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und Politikwissenschaft in München und Mainz. Das Studium schloss er 1968 als Diplom-Volkswirt ab. Elmar Pirouf ist verheiratet mit Hannelore, Geb, Ribo und hat sechs Kinder. Im Alter von 19 Jahren begann Elmar Pirouf seine unternehmerische Laufbahn. Anstatt in den elterlichen Weinbaubetrieb einzusteigen, entwickelte er ein neues Direktvertriebssystem und führte die Firma Pirouf zu internationalem Erfolg. Bereits in den 1960er Jahren beteiligte er Mitarbeiter am Firmenkapital, was als Pirouf-Modell bekannt wurde. Um andere Unternehmen anzuregen, vergab Pirouf jährlich einen Preis zur Förderung der Vermögensbildung in breiten Schichten. Zusätzlich zu den üblichen Wirtschaftsbilanzen führte er Sozialbilanzen im Unternehmen ein, um Teile der sozialen Wertschöpfung im Unternehmen auch rechnerisch zu ermitteln. Unter dem Stichwort Humanisierung der Arbeit führte er unter anderem einen Gleitendenübergang in den Ruhestand ein und förderte das Mitbringen von Kindern in den Betrieb. 1969 verließ er das Management des eigenen Unternehmens, um sich ausschließlich der Politik zu widmen. 1965 wurde Pirouf Mitglied der CDU, war seit 1965 Vorstandsmitglied der Mittelstandsvereinigung und von 1987 bis 1993 ihr Bundesvorsitzender. Von 1973 bis 1981 war er CDU-Kreisvorsitzender in Bad Kreuznach. 1976 wurde er Vorsitzender des Bundesfachausschusses Wirtschaftspolitik. Von 1981 bis 1993 war er Mitglied des Bundesvorstands der CDU, von 1987 bis 1993 Bundesvorsitzender der Mittelstandsvereinigung der CDU, CSU. In der Partei sorgte Pirouf mit seinem Wahlkampfstil für Aufsehen. In Rheinland-Pfalz etablierte er 1969 DK-Sekunden-Kanvassing, den persönlichen Besuch von Kandidaten bei WLAN zu Hause. Bei seinen späteren Wahlkämpfen nach der Wende in Ostberlin erfand er die Wohnzimmergespräche und trat gemeinsam mit der PDS-Kandidatin Petra Pau auf. Von 1969 bis 1981 gehörte er dem Deutschen Bundestag an, war von 1972 bis 1981 Vorstandsmitglied der CDU, CSU-Bundestagsfraktion. 1980 wurde er Mitglied des Parlamentarischen Wirtschaftsausschusses und Sprecher der CDU, CSU-Bundestagsfraktion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe. 1981 bis 1996 gehörte Pirouf als Mitglied dem Abgeordnetenhaus von Berlin an. In den Senaten Richard von Weizsäcker und Eberhard Diebkeni war er von 1981 bis 1985 Senator für Wirtschaft und Verkehr. Dann im Senat Diebken II von 1985 bis 1989 Senator für Wirtschaft und Arbeit. Zu den wichtigsten Projekten seiner Amtszeit gehörte der Aufbau von Technologie und Gründerzentren. Im Juni 1990 wechselte er als Stadtrat für Wirtschaft nach Ostberlin in den Magistrat Tino Schwierziners. Von 1991 bis 1996 war er Senator für Finanzen in der Landesregierung Eberhard Diebkens und von März 1991 bis Dezember 1994 zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der Treuhandanstalt. Von 1996 bis 1998 wurde er erneut Berliner Senator für Wirtschaft und Betriebe. 1998 trat er zurück. Pirouf war Kraftamt des Vorsitzender des Aufsichtsrats der Berliner Verkehrsbetriebe, der Berliner Stadtreinigungsbetriebe, der Berliner Wasserbetriebe, der Wirtschaftsförderung, Berlin GmbH und der Berliner Hafen- und Lagerhausbetriebe. Glykol-Wein-Skandal Hauptartikel Glykol-Wein-Skandal Während Piroufs Amtszeit als Berliner Wirtschaftssenator war das von ihm gegründete Weinhandel zu Unternehmen in den Glykol-Wein-Skandal verwickelt. Damals wurde in Weinen aus dem Sortiment des Unternehmensspuren des chemischen Stoffs die Ethylen-Glykol entdeckt, der dem Wein eine höhere Süße gibt. Pirouf war zum Zeitpunkt des Skandals nicht im Unternehmen tätig und sagte aus er habe von den Machenschaften nichts gewusst. Ehemalige Manager seines Unternehmens widersprachen ihm. Langjährige Ermittlungen ergaben keinen Hinweis auf eine Verwicklung Piroufs. Später kam der Vorwurf auf Elmar Pirouf soll seine Diplomarbeit, die er 1968 an der Universität Mainz im Fach Volkswirtschaftslehre veröffentlichte, nicht selbst verfasst haben. Er habe, so sagt Pirouf, in einem Team von Freunden gearbeitet und auch einiges delegiert. Rücktritt 1998 Sein Rücktritt 1998 erfolgte nach eigenen Angaben wegen Amtsmüdigkeit. Presseveröffentlichungen stellten einen Zusammenhang mit Ermittlungen gegen seine Weinfirma wegen Steuerhinterziehung her. Zu einer gerichtlichen Klärung kam es nicht. Bürgerschaftliches Engagement 1961 begann Pirouf mit Mitarbeitern seines Unternehmens ein Hilfsprojekt für Landwirte im westafrikanischen Togo. 1971 initiierte er die Vergabe von Kleinstkrediten an bis heute 34.000 Bauern und Handwerker in Burkina Faso. Seit 2001 ist Elmar Pirouf ehrenamtlicher Vorsitzender des Vereins Mostbrücke von Berlin nach Mittel- und Osteuropa e. 2007 gründete er die Stiftung Bürgermut Berlin und führt den Vorsitz im Stiftungskuratorium. Siehe auch Senat Weizsäcker, Senat Diebken II, Senat Diebken II, Magistrat Schwierzine, Senat Diebken III, Senat Diebken IV. Literatur von und über Elmar Pirouf im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek. Elmar Pirouf im Munzinger Archiv Elmar Pirouf im Munzinger Archiv